Leute, jetzt geht es ab nach Nürnberg. Mal schauen, was passiert. Vibes, richtig Kohlebrücke auf jeden Fall. 6 an ihm. Wir kennen uns hier. Auf jeden Fall, es sieht nicht so geil aus. Dann mal schauen, vielleicht der gestern ist. So ein bisschen aus die Bundeswehr, aber das war nicht Bundeswehr. Das war irgendwie aus, war es Frankfurt oder so? Kannst du sagen, wir trinken. Das sieht nicht so aus, als würde er in die Sonne kommen. So, auf geht's zur A9. Das ist unsere Baustelle Nr. 1 von hier. Da oben, mit den ganzen Bäumen und so. Das sieht ganz cool aus. Es gibt sogar auch eine Flasche. So, drei Beihäuter. So Leute, gucken wir in den Himmel. Hier kommt nämlich das Paradies-Teil. Das Wetter ist jetzt paradiesisch-blau. Sagen wir es mal so. So Leute, sind jetzt hier in Bramberg. Man sieht auch das Schild, Schloss und Park. Das E-Hoch-Poket ist, glaube ich, woanders. Das ist in jedem Fall. Das ist hier in Bramberg. Da vorne ist, glaube ich, das Schloss. Jetzt hier in Nürnberg nur noch 48 Kilometer. So Leute, wir sind jetzt in Nürnberg angekommen. Westring. Da drüben ist so ein Krilleturm. Ganz cool. Wir sind auf jeden Fall gleich da. Fahrzeit, drei Stunden, irgendwas. Ihr seht gleich, hier geht es auch zum Flughafen. Genau. Nürnberg angekommen. Barbecue. Today. Schönes Rippchen hier. In Nürnberg. 23 Donnerstag in Deutschland. Das Besten ist, du gehst raus und gar nicht, dass es hier oben drunter ist. Ui, jetzt ist es aufgeblockt. Cool. Bisschen Sekt. Wow. Cool. Ich krieg's da auf. Weil ja das da ist. Cool. Higgy. Ganz schön super. Higgy. Hier gehst du da? Ja. So Leute, man sieht jetzt nicht viel. Tag eins ist vorbei. Ich bin jetzt hier bei ein paar Freunden. Ähm. Der Tag war richtig nice. In Nürnberg angekommen. Wir haben ein bisschen gechillt. Ein bisschen gechillt und so. Ähm. Genau. Morgen geht's ab. Wieder nach Nürnberg. Machen paar coole Sachen. Erstmal Peace out. Tag zwei. Heute geht's ab. Nach Nürnberg. Und ich glaub nach ANFC. Wir haben richtig geiles Wetter. So Leute, Sunwaves. Gleich geht's zum See. Jetzt geht's los, ja. Zum See. Ich hab da nicht so bewusst was geschafft. Damit's die Richtung hier. Ja. Ich hab da nicht so bewusst was geschafft. Und da was der Hitler angefangen hat zu bauen, da wollte er das ja wie in Rom aufbauen. Da drüben ist der Volksfestplatz bei uns. Okay. Und da drüben, das ist da bei mir dann so ein Zentrum, ne? Und da wenn's anschaust, ist der Volksfestplatz. Der ist leer. Okay. Da ist entweder Zirkus wieder aufbaut, Volksfest, also Frühlingsfest und das ganze Zeug. Da ist der Zeichen der Burg, der Sicherung. Also jetzt kommen wir so ein bisschen in die schönere Gegend. So sind die da gerade. Ja, die sind genau so. Klar sind die da drin geworden. Der war nicht schon, ne? Ja, der war. So sieht's gut aus. So sieht's gut aus. Ach, hier ist der See. Ach, der Porsche ist sogar auch hier am See, ne? Ja, der sieht immer gut aus, würde ich sagen. Cool. So, das sind jetzt hier bei den Labburger Seen. Ein Stückchen nordöstlich über Nürnberg. Ich zeig euch jetzt mal die andere Seite, wie das aussieht. Hier gibt's noch ein paar Aufnahmen. Ich teste gleich mal, wie kalt oder warmes Wasser ist. Das ist richtig. Nice hier mit den Bergen. Mit dem See. Das ist pretty awesome, guys. Und das ist der View. Super cool. Positive Vibes. Und mal gucken. Die Sonne kommt heut. Ja, gut. Ey, das war echt so. Ich stelle so. Ist schon kalt. Aber ich weiß es nicht. Mal schauen. Okay, Leute. Scheiße kalt. Das war super kalt. Aber ich geh gleich noch mal. Was wusstest du? Das war schon mal. So, Leute. Wir haben jetzt 15 Uhr und es wird ein bisschen kalt. Ich zeig euch nochmal die andere Ansicht. Und ja. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen weg vom See. So sieht's jetzt aus hier. dunkle Wolken. Ich glaube es regelt gleich. Auf jeden Fall schön im Wasser gewesen und ähm, genau. Es regnet jetzt hier. Es ist schon wie Österreich redet. Ah, Moment. Guck mal. So, hier drüben ist der Platz. So, hier ist wieder die grüne Linie. Wir fahren mit dem Konzern, ja. Und hier wegfährt? Ja, wie in dem Alter? Oh, immer hin. Was ist denn da woher drüben? Oberstation. Oh. Zumindest ist es so sein. Aber nicht der Fahrrad. So, wo hier bauen sie überall. Was ist? Du sagst es auch. Hier ist der Hauptbahnhof von Nürnberg. Richtig grosses Team. Ah ja, krass. Da hinten beginnt dann, glaube ich, das Rudel. Leute, jetzt geht es weiter in Nürnberg. Abendprogramm. Night Out. Wir haben jetzt hier Freitag. Und es wäre das auch nice. Schauen, dass es heute abgeht. So, in der U-Bahn hier. So, in der U-Bahn hier. Mal gucken, ob wir jetzt U-Bahn haben. U-Bahn. Schön, dass du. U-Bahn. So, in der Stadt Nürnberg, Leute. Fisch krass, was hier abgeht. St. Lorenz Kirche, Nürnberg. Gut gut. St. Lorenz, hier in Nürnberg. Königspassage ist hier, heute. Hier in Nürnberg. Genau so viel. So, wir machen uns hier in Nürnberg. Einmal raus! Einmal raus! Innenstadt. Echt gut, echt gut. Was ist hier noch los, Leute? Was ist hier noch los? Der Polizeihelikopter ist irgendwie schon wieder im Einsatz. Sie sehen sich jetzt ab. Ne, keine Ahnung was da ist, aber ist irgendwas krasses. So Leute, es gibt ein bisschen Eis an der Pech. Das ist auch der Eis. Jazz, da wir genießt das Leben. Rapps. Jetzt gehts zur Skybahn, Leute. Jetzt bin ich ganz gesichert, sichert hier, den Corona. Jetzt gehts auf das Gräben. Das ist wie du bei hier. Über das Gräben, im Untergang, in der Zeit nichts. Jetzt wird es sehr, sehr geil hier in Skybahn. Muss man sagen. Einfach gut weiß. Schönen Leute beobachten. Das ist ganz cool hier. Schönen Leute beobachten. Das ist ganz cool hier. Das ist richtig, richtig geile Burg. Ich weiß den Namen nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie die Burg heißt. Aber es beleuchtet jetzt richtig cool. So, der letzte Gang drin. So, ich wollte jetzt Schadone. Richtig geil. So, jetzt kommt mal auf. So Leute, ich glaube ihr seht das so ein bisschen genau da oben. Das ist grün. Wir denken einfach, das sind Aliens. Es sind keine Scheine. Werfer jetzt ist wieder weg. So, das Geil hier ist richtig nice. Wir gehen jetzt. Richtig cool. Weiter Nightlife in Nürnberg. Es geht ab zur U-Bahn. Das ist bestimmt für Abi. Weiter starten. Ab nach Hause. So Leute, weg. Weg. Jetzt ist ganz schön viel los. So Leute, ich verabschiede mich. Tag Nummer 2. Morgen geht es weiter. Ihr werdet morgen sehen, wo es hingeht. Es war mega nice in Nürnberg. Müsst ihr auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr in Bayern seid. Und bis morgen. clip. Mattuchen Kummer conducen. Und dann gibt es gerne den Änderwooden. Alles klar. Step 4. Vielen Dank.